Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Florian! Also, Sie sind gleich verlegen worden. Wann war die Weltmeisterschaft? Was macht ihr besser als der Rest der Welt? Wir haben besser gekocht. Das war ganz ehrlich. Nein, sie war im Noseben, in Luxemburg und in Evropa. Gib uns noch einen Tipp. Was machen wir normal kochenden Schreizer und Schreizerinnen am häufigsten falsch? Ich würde sagen, ändert die Fleisch weniger gar und dann ist es sicher auch besser. Also lieber weniger als das Tool? Das ist es. Danke vielmals. Ich lade wieder zurück in die Küche. Nur einen Weltmeisterapplaus für Florian Betzen und danke auch an Ivo Berger. Auch der Herr hat gerade zugeschlagen. Jetzt müsst ihr schnell probieren und wir sagen, wie es ist, damit wir auch sehen, wie gut hier geschaffen wird. Also frischer Flammenkuchen und das Urteil von unserem Gast? Es ist fantastisch, wunderbar mit Zwiebelin gemacht. Sehr gut, danke. Das wollen wir hören. Also geniesst den Abend. Einen guten, ich will euch gar nicht mehr länger stören. Danke für den Moment. Karl W. Rürig. Willkommen zurück. Hallo. Und es geht ja hier eine Ausstellung mit dem Künstler, seit dem 15. April, wenn ich richtig orientiert bin. Wie kamst du diese Zusammenarbeit? Ja, Connections, wie es so schön heisst. Ich bin mal hergekommen mit Frau Weidelich, die meine Kunst ein wenig repräsentiert hier in der Schweiz. Dann haben wir mal ein Gespräch geführt hier zu der Idee gekommen, eine Ausstellung hier zu machen. Das heisst, Sie malen wirklich auch nicht nur heute, wie Sie das da hinten gemacht haben. Einige haben Sie gesehen, Sie haben gezeichnet, gemalt. Sie machen das auch fast täglich hier. Jeden Tag und vor allem dieses Bild, was man hier sieht, das ist hier entstanden. Das ist die Brücke über das Nichts. Inspiriert wo? Also sieht man da ein bisschen Schweizer Alpen oder muss das nicht zwingend sein? Ja. Ich liebe einfach die Berge und deswegen bin ich auch seit fünf Jahren in dem schönen Land und ich freue mich, dass ich sehr viele Freunde hier habe. Ganz herzlichen Dank, viel Erfolg und viel Spass weiterhin beim Malen. Dankeschön. Sie Applaus, meine Damen und Herren. Unser Küster Karl W. Rürig aus München. Und mit der Ausstellung noch ein bisschen hier. Viele Fans, ihr Applaus. Es hat in denen, sehe ich, eine richtig lange Schlange gegeben. Schau mal, hier. Da muss es etwas Gutes geben. Was steht dort alles auf dem Buffet? Vorne hat die Schalki, ein paar Trümpfe, ein paar Praline, ein paar Ganache Praline. So wie auch ein Glace, das man mit Stickstoff frisch aufschlagen. Die Frage ist natürlich, warum mit Stickstoff? Wir sagen, es gibt eine viel feinere Perling im Glace. Und dadurch brauchen wir auch nicht ein starkes Rahmhaltungsglace in Massen zu nehmen. Also wir arbeiten mehr mit Buttermilch, mit Fruchtwolken. Und Perling haben wir dadurch, dass wir viel kälter gefrieren. Und dann ist es viel leichter zum Vornehmen, weil es hat auch nur einen Bruchteil Rahm drin, von dem, was sonst ein Glace drin hat. Er nimmt das ganze Glace. Einmal an Spiess. Einmal dünkeln. Von links und rechts. Und dann? Schnell das Urteil abholen. Das gehört auch dazu. Herr Kaufmann. Ja eben, das haben wir gehört. Also wunderbar. Dann gibt es Sushi vom Meister persönlich aus Japan natürlich, der das frisch zubereitet. Und ganz gesunde, frischpresse, frische Frucht- und Gemüsesäfte gibt es hier neben der Sushi-Bar selbstverständlich. Etwas ganz wichtiges. Ihr habt hier einen tollen Mann vor Ort, der hier im Hotel hat, der rein von seiner Kultur her mit Sushi aufgewachsen ist. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Montagabend. Danke für die Aufmerksamkeit und merci vielmals.